Musik Es ist immer toll, hier zu sein und das Entertainment und die Leute zu erinnern und neue Leute zu erinnern. Es ist wirklich, wirklich toll. Musik war gut, Essen war perfekt, das Hotel ist ein wunderbares Hotel. Also vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder. Du weißt, wir kommen immer sehr gerne. Es ist immer wieder eine Freude, egal wann, wie und wo. Die Menschen sind super, das Essen war super, der Gastgeber ist super, das Personal ist super. Was kann man sich mehr wünschen? Es war eine ganz außergewöhnliche Show von den beiden Frauen. Hervorragende Saxophonistin und die Sängerin und die Stimmung und vor allem die Optik. Die waren so scharfe Weiber, so tolle Frauen, habt ihr eingeladen. Riesen Respekt. Unsere Gäste haben sehr genossen diesen Abend. Entertainment war überragend und ich denke, das allgemein war ein super, super Event. Jetzt sind wir bereit, unsere Raffel, unsere Tombola zu starten. Es gibt drei schöne Preise zu gewinnen. Ich habe noch nie was gewonnen und heute habe ich was gewonnen. Da freut es mich natürlich umso mehr. Und noch einmal das zuические, die wir nicht sicher haben, Herriss. Ich habe noch nicht angekommen. Ich habe eine große, sehr gute, sehr gute Einladung. Ich habe noch nicht gewonnen. Ihr Sieyens schon viel am liebens, sprach, dass dieser Musik nicht zu viel Brainsteigern. Also das ist mir einfach nicht so gut gemacht. Ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe jetzt schon mal wieder. Ich muss sagen, der Nate ist wirklich ein ganz, ganz toller Networker mit Herz, Verstand und Seele. Und wir folgen immer, wenn er ruft. Und wir kommen gerne. Wir sind den Network in Leonardo Business Lounge. Komm und sieh uns wieder.